Sein Sahnehappen. Wir haben ja schon wirklich alles verfüttert. Wir haben ihm eine Krone gegeben, alle mythischen Items und was auch immer. Der schwimmt im Wasser! Ich glaub, das hab ich noch nie gesehen. Ich glaub, das hab ich noch nie gesehen. No joke, so oft ich Klumbo bisher angeguckt habe, ich hab noch nie gesehen, wie er da gerade im Wasser untergetaucht war. Chat, habt ihr das schon mal gehabt? Alter, der hat einfach ein Bad genommen. Oh, Feidy, ne? Hier, kriegst du auch noch die mythische SMG? Hast du gut gebadet? Komm, vernascht er das mal. So, boy. Jetzt vernascht den Tresor. Und sei der Tresor. Der hat's gewittert. Er hat's gewittert, Leute. Kriegt er jetzt auf jeden Fall den Tresor rausgepustet. Oh, ne? Und wenn er die Tresor-Karte verschluckt. Er hat's geschnuppert. Schluckt das Ding. Schmack, schmack. Schmackofatz, ne? Ja. Man sagt, Kuss, Digi, in Deutschland. Weißt du, in Deutschland sagen wir, Kuss, Digi, wenn wir was zu futtern bekommen, Mann.